Hey, Leute, was geht ab? Ich bin's. Timmy, wo bin ich hier? Hä? Das ist hier so ein kleiner Ort, Alter. Das ist ja richtig klein. Ich hab Platzangst. Und was ist in der Kiste drin? Weißte, schwarze Glasscheiben. Das sieht richtig gruselig aus. Hilfe! Ist hier niemand, der mich hören kann? Hilfe! Ey, das gibt's doch nicht. Hallo, ja, ja, ja. Hier drin, hier drin. Mach doch mal auf, Mensch. Was, wo, was, wie, wo denn? Ich krieg keine Luft mehr. Hilfe! Dann pupst weniger. Oh doch, ich kann's abbauen. Warte mal. Moment, hier ist ein Knopf. Alter, warte mal. Das ist das Fito ohne Alkino. Oh mein Gott, du verschimmst ja immer mehr. Ja, das war, weil ich da aus Versehen hier was schauen wollte. Und keine Ahnung, warum hier ein Geheimraum ist, ey. Hä? Ja. Warum bist du hier überhaupt, Mann? Ich wollte hier gerade eine Falle aufstellen. Oh, das trifft sich gut, weil, wie du siehst, bin ich wieder auf der YouTuber-Insel. Ja, er ist nicht weg. Ja, Problem ist nur, meine Items sind weg. Ja. Das ist nicht cool. Nein, das ist gar nicht gut. Verstehst du? Was ist das? Eine richtig gut verzauberte Spitzhacke. Oh, 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 oh. Oha. Dann gebe ich dir die da. Die schenke ich dir. Perfekt. Ja, wir haben gut getauscht. Sehr gut. Ich brauche sowieso noch eine Silk-Touch-Variante. Ja. Und ich sage dir ehrlich, Kiro, ich will ab jetzt ein anderer Höllenkrieger sein. Ich habe mich entschieden, Alter. Ja, ich habe mich entschieden. Wie meinst du das? Ich werde ab jetzt nur noch für die Ungerechtigkeit werden. Ich werde dagegen kämpfen. Verstehst du? Leute, die klein gemacht werden, die werden jetzt hier beschützt von uns. So wie wir. Verstehst du? Wieder zurück zu den Roots, Alter. Back to the Roots, Junge. Ja, richtig, Alter. Richtig. So, und diese ganze... Aber Zittersticks wird ja auch runtergemacht. Was zählt dann für ihn? Ja, ich will mit ihm ein Gespräch haben. Und wenn er sich entschuldigt und einseht, dass er Kacke gebaut hat, dann müssen wir ihn beschützen. Ja? Okay, aber er wird es nicht ein. In Vertrauen. Der hat ein absolutes Aggressionsproblem. Dann müssen wir ihn platt machen, Junge. Hey, hier ist ein Energeist. Warte mal. Ich kann schauen, ob ich da das... Bitte drück mir die Daumen, dass das drin ist. Hast du da noch irgendwas? Weiß nicht. Oh, ich hab ein Hydra, Junge. Und ich hab... Oh, sie... Ups. Ich hab Laufschuhe. Warte mal, ich Laufschuhe, Junge. Laufschuhe? Keine Ahnung, was Laufschuhe sind. Und ich hab da noch eine Schalker-Kiste. Warte mal. Ich glaub, da sind OP-Sachen drin. Sei ich dir ehrlich jetzt. Ich hab ein Schwert, aber das ist alles nicht gut. Warte mal. Guck mal, ich hab diese hier. Das hab ich. Das hab ich. Und... Oh, Köpfe. Das hab ich. Okay, hier ist schwarz. Schwarzpulver. Oh. Oh, Totems. Alter, Goldäpfel noch. Junge. Das hab ich nämlich... Sogar der Kopf von Alperstein ist da drin. Ja, den brauch ich auf jeden Fall noch für mein Vorhaben, weißt du. Boah. Ja, ich nimm dir hier nichts raus. Ich guck los. Goldäpfel, eine Axt hab ich. Boah, Totems sind ja auf jeden Fall ein paar raus, Alter. Ja, Totems brauch ich auf jeden Fall. Brauchst du noch Händerperlen? Brauchst du Händerperlen? Ne, Händerperlen hab ich genug. Händerperlen hab ich genug. Dann tu ich die hier rein wieder. Alter, ich hab ja doch ein paar Sachen. Let's go, Junge. Du bist voll rich eigentlich. Was ist los? Ja, so rich auch nicht, Alter. Ich sag dir ehrlich, dadurch, dass mir alles weggenommen wurde, muss ich fast wieder von vorne anfangen, Kiro. Das ist Kacke, ey. Verstehst du das? Ja, ja, ich check das. Ich check das. Sowas nervt. Sowas nervt maximal. Du was nervt über Trieb, Junge. Die ach so guten Leute, ne? Ja, genau. So sieht's aus, Mann. Wir müssen da ein Statement setzen, Alter. Verstehst du? Wir müssen die... Statement? Ja, wir müssen gegen die Leute was anrichten, Alter. Und ich will endlich mein Item haben. Und ich hab mit Mira geredet, ne? Ja. Sie meinte, sie gibt mir noch eine Chance. Ja. Oh, das ist gut, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist wirklich gut. Heißt das, du hast dein Item bekommen? Nein, noch nicht. Aber ich muss erst mal mich an den Plan halten. Und ich glaub, der Plan ist, wie gesagt, für diese kleinen Menschen einzustehen. Weißt du, wenn jemand in Not ist, muss ich da sein. Und ich glaub, Piszta wäre auch so ein Kandidat. Himi, der ist so brellt. Ja, Piszta ist auch so ein Kandidat. Wollen wir zu Piszta gehen? Der ist doch live oder so, ne? Ja, der ist live. Der ist grad live. Ja, dann lass uns doch einen Besuch abstatten. Moment. Fragen, was so abgeht und so. Ich guck mal grad ganz kurz, wo er ist. Du bist doch gut mit ihm, oder? Ja, ja, wir sind schon gut miteinander. Ich guck mal gerade. Von letzter Zeit hat er sich echt angefreundet in dir, sag ich dir ehrlich. War der gar nicht so schlimm? Oh, der ist irgendwo im Nether, seh ich gerade in seinem Stream. Oh nein, gar nicht gut, ey. Er baut irgendein Portal ab. Und was mit Rhyny, Rhyny? Rhyny, Rhyny, Rhyny. Ich glaub, Rhyny baut irgendwas wegen den Sonnenkriegern oder wie die sich nennen. Sonnenkriegern? Was sind denn Sonnenkrieger? Ach, er hat irgendwie aus den Schattenkriegern und hat Kyanis jetzt da irgendwie Sonnenkrieger gemacht und so. Und die bilden grad einen neuen Clan mit Tobi zusammen und so. Wie? Tobi ist nicht mehr bei uns? Und Rhyny ist da, glaub ich, auch dabei. Und Tobi hat die Höllenkrieger verlassen. Was? Ja. Wie? Warum verlässt er die Höllenkrieger? Was soll das denn jetzt? Guck mal, ich hab ja seine Kanone benutzt, um die Kristallkriegerbase zu sprengen. Und seitdem hat er gesagt, du hast mein Vertrauen missbraucht. Und oh, ich hätte diese Macht nie bauen sollen. Und dann ist er gegangen. Was für ein Quatsch jetzt, Junge. Tobi, Alter. Er hat uns einfach verraten. Er hat uns hängen gelassen. Ja, das geht nicht, Alter. Das geht ehrlich nicht. Ich baue immer mal zu Dings zur Stadt dagegen und gucke, was abgeht. Ja, safe. Let's go. Komm, let's go, Junge. Endlich kann ich wieder fliegen, Alter. Ja, Mann. Die Superhelden sind auf dem Weg. So sieht's aus. Das fühlt sich richtig gut an, endlich wieder zu fliegen, Leute. Gibt's hier irgendwas Neues bei diesen ganzen Häusern? Ich glaube nicht, oder? Nee, das Ei ist noch genau gleich, Leute. Ich hab gar nicht... Deine Alten ist verloren komplett, oder was? Ja, Bro. Alles weg. Ey, wieso haben die die Lava weggemacht? Bro, die haben einfach die Lava weggemacht, die ekligen. Ey, was soll das? Das ist nicht cool, Alter. Ey, nein. Bro, das war unser Lavastrom. Die haben einfach kaputt gemacht. Das waren zu 100%. Zu 100% waren das die Kristallkrieger. Aber guck mal, die können da jetzt ganz einfach ihre Crystals platzieren. Hast du recht. Das war ein Safety, Alter. Haben die die Stadt auch kaputt gemacht, ey? Wenn ja, dann gibt's Ärger, Alter. Da ist Alphasteinchens Haus. Ja, da hinten sind halt die Fallen losgegangen wegen der Hochzeit, aber waren die nicht. Das war ja auch, Junge. Da war ich gar nicht dabei. Junge, war hier die Hochzeit, oder was? Ja, hier war die Hochzeit. War witzig, Alter. Das Supi-Steinchen und ich haben die gecrasht, Junge. Sehr gut. Das hat mich gemacht. Ja, ich sag dir ehrlich, ey. Keine Ahnung, die jetzt da verheiratet sind oder nicht oder was auch immer da abgeht. Ich will mich da auch nicht... Ja, ich check das auch nicht. Weißt du, ich mische mich da gar nicht mehr ein. Sollten die einfach ihr Ding machen. Ich werde nur noch viele Leute da lassen, wenn die Hilfe brauchen. Checkst du? Ja, richtig. So macht das Sinn. Das ist auch viel, viel besser, Alter. Sei ich dir ehrlich, Junge. Und ich frage mich, warum... Also, guck mal, Sue hat jetzt anscheinend die Items von der Wife bekommen, aber ich hätte schon gerne gehabt, dass er auch so eine Statue von uns beiden noch baut, Alter. Was soll das jetzt auf einmal? Ja, komischerweise kriegen nur Snoopy und Eiferstein die ganzen krassen Sachen, ne? Ja, richtig. Nicht cool, Alter. Was mit uns? Ja, da muss man auch mal was machen. Sei ich dir ehrlich. Und oha, hier ist ja auch alles kaputt, Junge. Ey. Ja, plötzlich... Ey, wirklich. Es ändert sich ja alles. Ist hier alles kaputt, ey. Das ist voll doof, Mann. Es geht wirklich den Bach runter hier auf der YouTuber-Inse. Sag ich dir so, wie es ist. Ja, real talk, Bro. So geht's echt nicht weiter. Die einen biefen mit den anderen die ganze Zeit, die anderen heulen die ganze Zeit rum. Hör, was mit den Gepäckens passiert? Guck mal, wie das aussieht. Keine Ahnung, Alter. Auch wieder geflutet, auch wieder kaputt gemacht. Das ist immer dasselbe. Ich schwör's dir, ey. Die machen alles kaputt. Dann langsam reicht's mir, ey. Okay. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall darum kümmern, dass ich meine Sachen wieder bekomme. Ja, aber weißt du, was witzig war? Ich hab Beule geholfen, einen Kampf auszutragen gegen Lukas und Zitatschi, gell? Ja. Und die sagen ja immer am häufigsten, ohne eure OP-Items könnt ihr gar nichts. Die sind einfach schlecht und so. Ja, weißt du was? Lukas ist gestorben gegen Beule. Ich hab seine Christos weggenommen und plötzlich war er derjenige, der nichts mehr konnte. Oha, das heißt, er ist auch am Boden. Da kann ich auch sagen, ohne eure Christos könnt ihr gar nichts. Christos können auch nichts, ey. Ja, nur am Rumheulen. Ja, die können nichts außer Rumheulen. Richtige Noobs, ey. Und Pistos sind wohl noch kompletter, oder was? Nimm deren Christos weg, Digga. Und die sind auf einmal plötzlich ein Niemand. So sieht's aus, Alter. Das sind richtige Nutze, Alter. Ja, richtig. Und ich werde auf jeden Fall jetzt bald, naja, den nächsten Schritt einleiten. So, dass Mira auf jeden Fall stolz auf mich ist und ich dann endlich mal ein Item bekomme. Checkst du? Ja, hoffentlich, Alter. Was denkst du, was kriegst du? Weiß nicht. Vielleicht irgendwie was mit Feuer oder so. Weil ich bin ja, ich bin ja eigentlich so bekannt für die Höllenkrieger, weißt du? Ja, aber ich denke auch was wegen Widder. Was ist, wenn du Widder-Köpfe verschießen könntest? Bro, das wär krass. Dann komm, Pew, Pew, Pew. Das wär so cool. Das wär richtig krass, Alter. Dann bin ich der Widder-Meister. Haha. Ja, normal. Dafür bist du ja auch schon bekannt von der YouTuber-Insel 1, Junge. So siehst du nämlich aus, Junge. Aber dazu muss ich auf jeden Fall mit Eifersteinchen reden. Ich glaub, der kann mir da helfen. Ah, das kann doch nicht sein, dass Eifersteinchen so lange braucht. Der hätte schon längst da sein müssen, Leute. Ich check das nicht. Warte mal, ist Kiro noch da? Äh, da hinten läuft jemand. Wer ist das? Wer läuft da hinten? Das ist Kiro. Ey, Kiro, Junge. Kiro, wo bleibt der Blödmann, Alter? Ich weiß nicht, hab ich ihn auch noch. Warte mal, da vorne. Ich hab ihn doch gerade gesehen. Da ist er doch. Ey, Eifersteinchen. Steinchen. Was geht ab, Eifersteinchen, Junge? Lange nicht mehr gesehen. Kein Bock auf dich. Was? Hallo. Ey, wir sind Höhenkrieger. Wir sind nicht zusammen, Junge. Hey, wir sind so alt, Junge. Lass mich. Nein, Bro, ehrlich. Ey, Steinchen, wir sind doch alles Freunde. Ich war doch immer gut für dich da, oder nicht? Hab ich dir nie den Rücken gesto... Oh, Bro. Was ist los, Junge? Ey. Hab ich nicht. Ich würde dich niemals für Muni verraten, Junge. Er hat uns alle für Muni verraten, damals. Ja, okay, aber jetzt nicht mehr, Leute. Ehrlich, ich mein das ernst. Alter, wir haben nur noch drei Herzen. Der bleibt doch stehen. Wo bist du, so doof, Kopf? Junge, wie du magst, bin ich. Was bambelst du da, Alter? Timmy ist doch ein ganz feiner Kerl. Ey, ich hab mit Muni geredet. Ich krieg bald meinen Items wieder. Ja, versprochen, Leute. Ja, ich nicht. Doch, Mann, das muss dich jucken. Hallo, ich sag dir ehrlich, Eifersteintchen. Alles wird wieder gut, Junge. Wir werden wie früher alles rasieren. Ey, wo bist du denn? Da geht's mal stehen, du doof, Kopf. Hör mal zu. Ey, du krassst nur deine ganzen Items, weil du ein Hölkiger bist. Richtig? Ja, und ich sag dir ehrlich, wenn du dich wie Beule so daneben verhältst, dann wirst du deine Items auch verlieren. Ich hab's auch schon zur Beule gesagt. Du warst doch der Blöd, Muni. Ja, ja, du hast recht. Ich, tut mir leid, dass... Er ist ein bisschen verschimmelt deswegen. Ja, tut mir leid. Ey, Tim, Bro. Tut mir leid, dass ich dich doof behandelt hab, Alter. Das wollte ich nicht. Oh, 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 oh. Ich will nicht die Freundschaft verlieren mit dir. Nein, jetzt hör nicht rum, Mann. Du bist wie Eiferstein, nur ein Schlimmer, ey. Ich schenk dir auch was. Ich verstehe kein Wart von dir, du nur schützt so sehr. Warte, warte, Stein, jetzt zieh deinen Helm aus. Tim, gib ihm einen Bus hier auf die Stirn. Ja, okay. Aber erst musst du seinen Helm ausziehen dafür. Ja, zieh deinen blöden Helm aus. Okay, warte. Wow. Was ist das denn? Das hat ihm anscheinend sehr gefallen. Das hat ihm echt gefallen. Ich glaub, der ist ein kleines Kind, Junge. Altmal Steinchen, sind wir wieder Freunde, oder was? Freude für immer, Junge. Freude für immer, Freunde für immer. Best Friends forever, Junge. Best Friends forever. Du weißt, was ich meine. Esfen, du bist nicht alleine. Du bist aus Steinen. Verstehst du jetzt? So. Das haben wir extra geschrieben. Nein. Oh, du doofkopf. Oh, Mann. Junge, du hast mich fast erledigt, du doofkopf. Alter, Eifersteinchen. Mann, du musst aufpassen, was du machst, ey. Du darfst dich so oft rumblehen bei uns in der Nähe. Mach das bei den Feinden. Das ist nicht gut, ey. Sag dir ehrlich, Eifersteinchen. Wir haben aber ein Problem. Mach das bei Wine. Soll ich dir sagen, Eifersteinchen? Ja. Und zwar hat Beule, hat meinte Items, Junge. Und der wurde einfach, keine Ahnung, hat verloren gegen irgendjemanden. Und jetzt hat er auch nie meine Sachen. Boonie, lass mal klatschen. Ich schwöre es dir, wir müssen die klatschen. Ja, wir müssen Boonie umbringen. Boonie mit dir, was du davon hast, Boonie kannst du machen. Lass mal bei ihr zu Hause nachschauen gehen oder so. Ja, du hast recht. Stimmt, der meinte doch, die sind da vielleicht. Oh mein Gott. Bro, wenn die Sachen noch da sind, wäre das OP, Alter. Dann wäre das so geisteskrank. Denkst du echt, die sind hier noch? Aber hier ist keine Kiste. Bitte, 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 bitte. Moment. Bitte. Da ist so Müll drin. Oh, da ist gar nichts, Mann. Was ist das für ein Prank hier, Junge? Mann, ich will meine Items mehr. Aber andere Häuser, die anderen Häuser noch. Andere Häuser, andere Häuser abchecken, genau. Andere Häuser. Hier, Müllhaus abchecken, Müllhaus. Hallo, meine Items hier. Hier ist ja irgendwie alles kaputt mittlerweile bei ihr. So, ich geh schon mal die Emeralds mit, die gehören jetzt mir. Warte. Oh, sehr gut. Ja, das sind die Steuern, das sind die Steuern. Kante Heilung nämlich auch. Modis Nachruf von Josef gekillt worden, finde ich gut. Ey, lass mich mal hier raus, Hilfe. Hilfe. Danke. Ey, ich bin auch eingesperrt. Oh, du Doofkopf. Steichchen. Komm nach raus, jetzt. Jimmy. Nicht da, hinter dir. Hä? Wo? Hinter mir? Hinter mir. Achso, ja, warte. Hier, komm raus, Junge. Oh, das ist Zeit, Alter. Das war gar nicht cool. Wo hat die jetzt meine Sachen versteckt, Mann? Das gibt's nicht. Denkst du dir? Ich bin ein Geschenk für dich. Welches? Du weißt gerade kein Teutchen, bisschen für dich. Alter, du bist ja richtig nett, Alter. Danke dir, Ehrenmann. Du bist der allerbeste, Junge. Was hat die noch für ein Haus? Die muss da oben noch ein Haus haben. Da oben vielleicht? Nein, ich bin da hinten. Warte, ich schau da auch gleich nach, Eifersteinchen. Die sind da irgendwo Kisten? Bitte, bitte, bitte. Nicht wirklich. Wir sind weinender Obsidian. Ja, den hab ich da mal platziert, Alter. Als Geschenk für sie. Die blöde Kuh hat das nicht mal interessiert, Junge. Das dachte ich mir. Okay, lass du den anderen Ding da. Oh, was hat die denn da umgebaut, Alter? So ne hässliche Trident-Statue, Junge. Was ist das für ein Müll, Alter? Lass uns mal anschauen, ey. Was ist das für ein Kack, ey, was die da bauen? Die dann, Statue, was soll das? Das muss zu 100% weggesprengt werden. Aber nicht jetzt und nicht hier. Das sieht ja absolut kacke aus. Das wird doch sowas von 100%ig weggesprengt, Alter. Guck mal, so. Oh. Ja, das kommt hin. Das würde ich sagen, kommt hin. Hast du noch Items? Hast du noch Blöcke oder so? Gib mal ein Blöcke. Wahnsinn. Ich hab hier Double Zone. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das reicht. Warte. Hoffen wir, dass das reicht. Ich muss eigentlich ganz nach oben. Oh, warte. Ich kann ja einfach so. Warte. Ich kann ja so. So. Oh nein. Oh, verdammt. Aber das ist ein Ender-Chess. Das ist gut, Leute. So, ich werd mal hier landen. Ey, ey. Nein, du Blödmann. Oh, jetzt sieht das total kacke aus. Junge. Oh, ich wollte was richtig cooles machen, du Doofkopf. Hä? Jetzt kann ich dich nicht mehr bewegen. Nein, weil ich jetzt... Oh, ich hab diesen Buff. Ey, Eifersteinchen nervt so hart, Junge. Komm, ist er wieder da. Macht er alles kaputt, ey. Timmy. Ab von meinem Kopf, Junge. Ich will da nach oben gehen. Lass mich nach oben. Ey, was macht man gleich, Junge? Ich hab euch gehört, ihr Doofköpfe. Ihr seid richtig blöd, Alter. Timmy. Jetzt nach oben gehen wir. Ihr fühlt sich ein bisschen ungeschickt heute. Ja, aber meine Items weg sind, ey. Okay, du musst mir hier echt mal niemanden meine Sachen... Ey, nein, das habt ihr nicht... Ach, Bro. Mann. Das ist voll unfair, was ihr macht, Alter. Ey, Steiche, du hast eine Überraschung vorbereitet. Ja, zeig deine Überraschung. Weil ich bin jetzt auch ein Hinkrieger. Und damit will ich sagen, was ist das mit dem Video? Tschüss, Leute. Ey, Mann, da bin ich gut, Alter. Und die machen sowas.